Casino in Laos Live Kesselgucken Roulette Roulette System Selm Kkenzi Seltsam Kkenzi Werte Gambler! Wir waren ja diese Woche auf Einladung des neuen Casinos in Laos und ich füge hier mal ein Live-Video bei, live am Spieltisch. Sie sehen, wie das Selm Kkenzi Team durch fast jeden Spieler den elektronischen Kesselgucker, das Casino erlaubt es dort, auf den Kessel hält, noch schnell große Stücke, Platten, setzt und dann die Kugel ins Fach fällt. Schauen Sie sich auch die Jubelfreuden der Selm Kkenzi Player an, alles springt in die Luft, in diesem Coup wurde nämlich über 10.000 Dollar gewonnen. Und schauen Sie sich auch die Gesichter der am Tisch herumsitzenden Lauten an, die aus dem Staun nicht mehr herauskamen und fassungslos dem Freudengeschrei der Gambler zuschauen, mussten? Das Video finden Sie hier. Das Video finden Sie hier. Das Video finden Sie hier. Das Video finden Sie auf der Mitte des Jahres, in diesem Fall wird viele Leute geben, Vielen Dank.